Jo Leute, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Minecraft-Shotos, mit dem... ARTOTOTEE! Herzlich willkommen zurück, jo! Auf jeden Fall ist nur mein Fall! Ne, auf jeden Fall... LOL Ähm... Kam schon... Kam schon längere Zeit kein Shotos mehr Es liegt daran, dass wir jetzt schon mal zwei Anlaufversuche gebraucht haben Weil der lieber Herr Arthas sich zwischen den Shader nicht entscheiden konnte Und... Ihr findet unten in der Beschreibung wieder drei neue Mods zum Voten Unter anderem ist da der Automatt mit dabei Was später sehr geil sein wird, wenn wir dann mit dem Auto rumfahren, durch die Straßen und sowas Und wir werden wieder Fragen beantworten und was wird diese Folge machen? Sagen wir auch, was wirst du denn diese Folge machen, Herr Arthas? Ich... äh... Werde... Darunter springen? Ja... Ne, ich werde in dieser heutigen Folge... Äh... Ja, weiß ich auch nicht Vielleicht ein paar Bäume fahren oder so Okay, wir machen erstmal die Tür zu, denn ich werde heute soweit, dass... Aber der Shader, der stört mich... Der ist mir irgendwie zu... Nein, nicht wechseln! Bitte hör auf! Bitte fass nix mehr an! Nein, nein, nein! Fass bitte nix mehr an, was mit Shaders zu tun hat! Ohne Spaß! Ich hab jetzt den Mr. Meep Shader genommen, der ist besser und... Ähm... Ich werde soweit hier oben die Etage fertig kriegen Und ja, hoffen wir mal, dass wir das Haus in dieser Folge fertig kriegen Wir werden Fragen beantworten Und jetzt kann man eine Weile kein Schoß mehr, habe ich schon erwähnt, aber ist mir egal Genau, in der Folge am Freitag... Ah ne, heute ist ja Freitag! Scheiße! Also in der Folge am Montag werden wir dann höchstens noch nicht einen Tower machen Nö! Also heute werden wir nochmal ein bisschen Farben einrichten und so und dann werden wir da irgendwie bald einen Tower machen Ja, jetzt mal! Äh... Okay! Hey, bei dem Shader sieht man... Warte mal, sind wir drücken? Auf jeden Fall kann man ja mal wieder... Das Gras wackelt Bei nem... Äh... Wer wird Minecrafter? Haben wir uns ein neues Projekt überlegt übrigens Könnte man... Ja, das müssen wir erstmal durchplanen, ne? Nö! Okay Scheiß die Wand an! Mein Minecraft! Ja! Aufnahme Spendet! Ne Spaß! Das war jetzt Spaß! Okay, aber ich brauche Holz, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg runter Welches Holz brauche ich unbedingt? Warte mal... Bring alles mit, was du findest, Junge! Birkenholz und Eichenholz ist wichtiger! Haben wir noch Holz, ja ne? Ich seh hier keinen Unterschied zu einem Shader Ach, wollen wir mal einen Tagsausflug zum Lager Alter, die ganzen Küken! Äh, Hühner! Ach du Scheiße, die müssen wir unbedingt töten! Töten! Ja, wir haben so ein paar Probleme Ne, haben wir nicht, hä? Du hast Probleme, aha! Äh... Genau, heute ist übrigens Freitag Falls ihr das noch nicht wusstet Äh... Mann! Ne, was ich eigentlich sagen wollte, ich hab mir gestern äh, am Donnerstag ein schönes T-Shirt bestellt von mir selbst äh, für mich also für mich aber nicht für die Auflösung das werde ich erst nachher bestellen äh, weil... Warum? Aber ich hab mir schon mal für mich jetzt bestellt Hey, hallo! Weil ich es unbedingt haben wollte Wir brauchen unbedingt Birkenholz Wir brauchen unbedingt Birkenholz Birken? Ich brauche gerade Fichtenholz Ne, das braucht keine Sau Oh! Davon ist ja aber so viel deswegen Ok, wir werden die erste Frage gleich mal vorlösen, ne? Ach ja, genau, fang mal an Ok, die erste Frage ist Vermisst ihr jemanden, den ihr geliebt habt? Äh... Du fängst an Ey... Guten Tag, liebe Facke Hallo, herzlich willkommen Zurück Winter Warum sagst du dann guten Tag? Weil ich die Facke war Ne Auf jeden Fall vermisst ihr jemanden, den ihr geliebt habt? Mh... Nö So, ich würd sagen Wenn man den geliebt hat Also nicht mehr liebt Äh... Also wenn man diese Person geliebt hat Und nicht mehr liebt Dann hat es ja irgendwie einen Grund Dass man den nicht mehr mag Und dann liebt man sie Also wie es einfach ist Und so... Und damit hat du schon was ranschmeckt Und ich hab übrigens Birkenholz Oh, scheiß, wie klein, Alter Aber... Wenn ich diese Person jetzt noch Lieben würde Oder liebe Dann vermisse ich sie Oh, das wird mir wieder zu blöd hier das Thema Ja, mir auch Weil ich da wieder an jemanden denke Den ich vergass Ähm... Was denn? Ich werd sie nur meinst Äh, nein Doch da, wo wir vorbeigefahren sind Als ich bei dir war Aha, wieder Sinn Aber noch vorbeigefahren Ja, bis zu uns mal So, ja Aber genau was ich noch sagen wollte Übrigens am 7... Also höchstwahrscheinlich Am 27.12. Also genau am Ende dieses Jahres Nein, stopp! Nicht höchstwahrscheinlich Das steht schon fest Genau, da werd ich Hundertprozentig zu Thunny gehen Also über Silvester Und so werden dann auch wieder Vlogs kommen Und dann kommt ein Vlog so von Silvester aus und so Und dann seht ihr wie wir gebums haben und so Ja Und mit Thunnenäulern Haben wir dann eine ganze Scheiße weggesprengt Genau Aber dann bin ich auf jeden Fall wieder bei Thunny Sagen sie mal Wenn wir uns dann noch mögen Wenn wir uns dann nicht mehr mögen Was dann eigentlich? Ja, dann wird gebums Ja, das Zugdicke müssen wir dann in den Müll schmeißen Genau Oh ne, es wird Nacht Dann wird einem von der Tunnel gekloppt Die Scheiße Hä, was hab ich denn jetzt für eine Krütze gemacht? Oh, warum sind die denn Skeletten? Ich hab den Schotoserver kaputt gemacht Ne, ich hol hier gerade Birkenhals Wir haben schon wieder einen halben Stack Unverarbeitet Ich richte jetzt schon mal Schlafzimmer ein hier Ja Irgendwie stört mich das voll, wenn das so wackelt hier alles Ich denke, ich hab so LSD geflogen oder so Oh, ich hab... Warte mal, ich muss mal gucken, wie ich das Bett hier einrichte Sag mal, kann man da drin eigentlich auch pennen oder? Ne Ne, kann man glaube aber nicht Ey, wo? Na, warte mal Ich stelle das jetzt mal aus Ich stelle jetzt hier ein Bett hin Du kannst nur nachschlafen Okay, man kann wirklich drin pennen Hey, von... Hey, ist doch klar, dass... Ja Ja, ja, aber... Das sind dann... Das sind so komische Betten Ähm... Ich entscheide mich für dieses turkiseblaue Blau 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 Hä? Ich hab schon jetzt gemacht Ähm... Auf jeden Fall, Leute, kommen wir gleich zur nächsten Frage Ich muss bloß schnell das hier Ehrlich Kraft Oh, ne, ne... Ich weiß gar nicht, was das in der letzten Folge war Die ist schon wieder ein bisschen länger her Weil wir... Beide... Geschlechtsverkehr Ja Ähm... Okay, das mit den Modzenabschreiben haben wir schon erwähnt Dass ihr wieder voten könnt Ja, das haben wir schon erwähnt, ne? Ähm... 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 Und ich hab wieder auf dem ganzen Stack Holz unverarbeitet Was du verbraust, Birkenholz Das blöde ist, dass wir... Äh... 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 Und ich brauch blauen Clay Na, schöne Scheiße Wo krieg ich denn das jetzt her? Blauen Clay? Muss ich mir leider cheaten, Leute Hä, ich mein Clay, das ist ja nur zum Craften von Möbeln Jetzt muss ich das irgendwie... Kommt, Leute, können wir mal ein Auge zudrücken, ne? Kann man noch was rein schneiden? Ich drück grad... Ne, ähm... genau Was ich noch sagen wollte, ja? Ich bin jetzt wieder... Back Hä, was? Hier Hä, fuck, das ist ne Scheiße Hä? Ne Scheiße Zuerst so... Was ich noch sagen wolltest Klingt übrigens interessant Und dann so... I'm back Guck mal das Bett an hier oben, wie geil eigentlich Ja, wenn ich später zuhause gucke Das Scheiße, das Schlafzimmer ist unsynchron Egal Kommen wir zur nächsten Frage Ich werde das schon irgendwie einrichten Ähm, die nächste Frage ist da vorne Weiß ich nicht Liebling... Au, guck mal Au, hör da auf! Hör auf, ich will ja... Hör auf! Was? Äh... Dornröschen, dornröschen Äh, Alter Mach das weg Hör auf das Bett anzufackeln Ja, ich kann nicht schlafen gehen Warum hast du einen Knochenhaut? Auf jeden Fall Lieblings-Schulmarke? Schulmarke? Schulmarke 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 Schulmarke? Ja, ich weiß das schon bei dir Ja, Nike Ne Air Max Ja, ja Ja, was sind deine? Da heb's ab Adidas Adidas Ich hatte Adidas auch immer, aber Da hab ich's mir nachgeschoben Ok, ich muss kurz nachdenken Äh... Kannst du mir mal erklären? Brauchst du übrigens noch Holz? Ich hab jetzt hier mal Holz reingetan in die Kiste ganz unten Ich hab's verstanden Ich hab's verstanden So, das war jetzt mit dem Holzfarm Jetzt sollte ich noch hier den Rucksack ausräumen eben Ja, keinen Bock mehr Mach erstmal das Schlafzimmer weiter Äh, was äh... Wie nenn's ich denn das Badezimmer? Äh, meinst du das... Bums-Zimmer? Ja Ne Ähm... Ach du, Kare, da brauche ich alles gar nicht Kannst du selber einräumen oder so Naja Du bist der Lagermeister, Fertjes Sand und Stein, alles was Blöcke sind, einfach mal eben aussammeln Ja Ah, das ist der Lagermeister So Ähm... Genau Lieblingsschuhmager haben wir beantwortet Ok, ich werd die Folge doch nicht fertig werden, aber das ist nicht so schlimm, Leute Das schaffen wir schon noch Nächste Frage Welches ist euer Hasstag in der Woche und welcher euer Lieblingstag? Hm... Was soll ich denn anfangen, oder? Hm... Joa... Mein Hasstag in der Woche Jeder Naja... Also mein Hasstag ist... Was denn jetzt? Hä? Hey, jetzt hatte ich irgendwas in Internet geöffnet Äh, mein Hasstag ist auf jeden Fall Montag Und mein Lieblingstag in der Woche ist Freitag Ne Ups Ist irgendwie logisch, oder? Irgendwie logisch Kann man was verdanken, Mensch Junge Kann man was verdanken machen Ok, mein Hasstag ist... Äh... Montag? Waja Eigentlich bei jedem so, denk ich mal Und mein Lieblingstag ist... Einsmal Ne Mein Lieblingstag ist... Hä? Freitag Ne, 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 Samstag Weil da kann man lange pennen und lange wach bleiben Ja, ist aber scheiße Ähm... He He Ja 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 Was war Ok, genau Und das zum Thema Lieblingstag von Art of the Journey Eins, zwei, drei Eins Bis zum nächsten Video, tschüss Tschüss Oh, da ist noch nichts Ende Hä, warte mal Ich muss mal kurz überlegen, wie ich den Eingang hier vom Part mache Kann man dann beim Pissen zugucken Ne, das finde ich nicht Hä? Hä? Tasche Was ist denn das für ne Kacke hier? Die brauchen wir doch gar nicht Was ist das eigentlich hier für die ganze Zeit für ein Brummen? Ich würde die ganze Zeit so ein... Wie so ein... was weiß ich nicht Ja, das ist bei dir Echt? Ich habe in der Alarmanlage so Hyuuuuu, irgendwie so Vielleicht hat da wieder jemand einen Eingang bekommen oder so Ok, auf jeden Fall Nächste Frage Muss nie essen Ähm, die nächste Frage ist Was haltet ihr von Freundschaft? Loll, hä? Die Frage verstehe ich nicht. Vielleicht, vielleicht irgendwie, was bedeutet Freundschaft für euch oder was haltet ihr von Freundschaft so? Hä, ich halte von Freundschaft nichts, finde ich scheiße. Ja, fang du mal an. Hä, ich verstehe die Frage nicht. Hä, na, vielleicht, sag einfach, was bedeutet dir Freundschaft oder sowas. Hä, nichts. Hä, ich verstehe es nicht. Warte mal, lese nochmal vor, bitte. Was bedeutet Freundschaft für euch? Nein, falsch. Nö. Ich hab dir gleich so informiert, dass du die Scheiße gleich beantworten kannst. Ey, frau, das kann ich nicht sagen, keine Ahnung, frag mich irgendwann mal. Ey, ich cross mir erst in die Toilette. Keine Ahnung, wie ich darauf antworten soll. Okay, warum kann ich nicht antworten? Ey, ja, dass man halt sich alles erzählt und nicht lügt, dass es nicht fremd geht. Hä, ist denn der Scheiße? Hier ist das Kilo, guck mal, hier ist das Kilo, da kannst du da reingucken vor dem Fenster. Hä, wo? Hier, da kannst du da vor dem Fenster reingucken, da mach ich ein Fenster hin. Da kannst du mir scheißen. Ja, bei der Toilette, ja. Warte, hier, bei McDrive, hallo. Ja, hier kannst du kacken gehen, warte. Hier, McDrive, hat da was hingelegt. Komm mal, komm mal rein, da kannst du scheißen gehen. Du packst auf den Klo fest. Hä? Okay. Ohne, da kommt noch was hin. Und genug Behinderung für heute. Warum hast du jetzt zwei Kofflings, die wir nebende stehen stehen? Das ist Holz, das ist eigentlich Holz unnötig, ne? Ja, ist nur. Sollte man dich mal umbringen. Ich mach mal nen Keller, okay? Schraubmesser, aah! Was ist denn das? Ey, ich wollte nen Keller machen, dann baue ich nen Boden ab und dann fall ich auf einmal 100 Meter runter. Die Toilettenspülung, die kommt auch, mach was das. Okay. Dann mach ich halt doch keinen Keller. Hey, man kann ja bei unserem Haus auch keinen Keller machen. Toilettenpipe, was ist denn das? Ach, Toilettenspülung, ne? Ein Pipe ist doch ne, da wo man mit, äh, mit seinen Skate und so draufhört. Nein, ich glaub das ist ne Leine. Nee. Ach, komm, heiz den Maul. Nicht Leine. Wie heißt das denn nochmal? Das? Ja, warte mal, wenn ich das... Ah! Ich hab's ja nie zu dunkel haben. Verstanden, ich hab's verstanden. So, weißt du, hier ist ein Schlüsselbund. Ach, scheiß Klo, alter. Okay. Ich bin mal eben auf dem Friedhof bei den Toten. Ein Friedhof. Und man muss nen Grabstein abbringen. Kitchen sink. Mein Hund ist gestorben, Leute. Ah, jetzt... Uuuuuh, mein Hund ist tot. Ja, endlich, ähm, so. Nein, ich hab ihn geliebt. So, und jetzt. Okay. Äh, haben wir denn noch irgendwas schönes? Wir haben noch... Äh, äh... Nix. Ist denn das für ein Waschbecken, Alter? Das wird vollkommen geschützt. Müssen wir mal abends aufnehmen. Nö. Sink... Kitchens... Sources... Sink... Kitchen... Forted... Kitchen... Forted... Energy... Ah, fuck! Boah. Willst du, hä? Hat dein Schnauze-Tippis-Gesicht da... Ja, Moin. Sinkobo. Ja, Moin. Moin, Moin. Freunde. Ich hab ja wieder ein paar Birken gefunden. Können wir wieder Birken-Setzlinge abbauen. Sind das? Und ich weiß gar nicht, wann das Video kommt. Kann das ja nicht, dass ich irgendwie dumm bin. Hm? Ich bin dumm, ne? Mann, was ist denn das? Moin! Okay. Ich hab's verstanden. Ey, ich kann kotzen, warte mal. Brauchst du eigentlich noch Birkenholz? Ja. Echt? Hm. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ne. 100%ig sicher? Ne. Hey, halt mal kurz, einmal. Hey, wo bist du denn? Du bist uns schon mal. Ja. Guck mal das Klo, guck mal das Klo an. Wir hören sich. Okay, ich würd sagen, in der nächsten Folge. Wird siehst du nicht? Ne. Auch jetzt. Guck mal, komm mal die Toilette an. Dafür ist es da. Dieses Ding, das ist so strischt da. Kann ich das auch beruhig machen? Okay, auf jeden Fall. Hier ist das Waschbecken. Kannst du die Hände waschen. Oh. Auf jeden Fall. Ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Warum ist das so weit oben? Hä, nein, das ist... Lass auf, das ist doch gut so. Was war denn das? Ich auch. Hör auf damit, mach das wieder so hoch. Mach den Klo-Deckel zu. Ne. Okay, auf jeden Fall. Was ist das für die Folge von Jotos? Ähm, ja. In der nächsten Folge werden wir dann... Weitermachen? Hä, so. Alter! Werden wir dann weitermachen. Hände waschen. Ich muss da rein scheißen. Hä, das steht falsch. Hä, ich mach das dann noch dann. Auf jeden Fall. Hier, hallö. Ich guck's beim Scheißen zu. Auf jeden Fall. Ähm. Na nix. Sehen wir uns. Also, oh man. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr den Werden dran lassen. Unsere Kanal abonnieren. Und unten sind die Links für die neuen Mods in der Beschreibung. Kritiker. Das ist auch ein bisschen nerven, Alter. Ah, nicht? Ich wollte nur gucken, ob ich einen Kritiker hüttisch hab. Sind, ähm, Schnauze. Hör auf. Das sieht saugeil aus, wenn da drüber steht. Hör doch mal auf jetzt. Ja, hör mal auf jetzt. Ich bring dich klar um. Jetzt hier der Rüstung. Alter, die ganzen Fackeln. Ey, du hast die Folge nur nix gemacht, Alter. Doch. Ne. Geschlafen. Ja, scheiß hast du gemacht. Hier, guck mal. Ey, das war echt wieder so eine Folge, wo du wieder nur dumm warst, ey. Ich hab Bäume geholt, ja? Ja, und überall Fackeln gesetzt und ne Dicke. Ja, komm mal, wir schlafen, wir gucken, ob das geht mit den Wänden. Nein, ich will das Video brechen. Schnell, bevor die Wände. Auf jeden Fall, unten sind die Links für die Mods. In der Beschreibung könnt ihr für die neuen Mods roten. Und dann in der nächsten Folge. Was denn? Was denn? Ich weiß nicht. Wände. Ich weiß nicht, was ich darf, ey. Du hast ein Brot in der Hand. Ich weiß nicht, was ich darf. Ich weiß nicht, was ich darf. Ich weiß nicht, was du darfst. Ich weiß nicht, was ich alles gerade gelabert hab. Was hast du nur gesagt? Die Wände. Du hast Wände. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind unten die Links drauf im Schreiben. Hör auf mit der Fackel. Ähm. Und, äh. Ja, mach du noch zu Ende. Genau, alles Wichtige ist in der Beschreibung verlinkt. Geht zu meinem Shop, kauft alle meine T-Shirts und Dankeschiss. Äh. Ich hab mein Video gemacht. Ich bin gerade so, ich bin gerade so brain-Afgar. Mein Gehirn ist Afgar. Das ist auf dem Klo. Wie hier chillt gerade voran. Ja, was, man schwimmt. Ach, nein! Hä, wie soll man denn bitte hier Orgel spielen? Mach schnell, mach schnell, mach schnell die Tür zu, mach schnell die Tür zu, mach schnell die Tür zu. Warum? Da kommt ein Creeper. Nö, der ist herzlich eingeladen. Hä, ich hab doch hier einen Stuhl erst hingestellt. Sag mal, wo ist denn der Stuhl? Was macht denn der Tisch hier? Kollege. Ey, du Stück Scheiße, ey. Du hast ja nur Kacke gemacht. Kann man ja eigentlich auch schaukeln? Nee. Okay, warte. Auf jeden Fall. Und wann machst du jetzt mal zu Ende? Ich bin brain-Afgar. Ja, oh. Äh, ich hab alles kaputt gemacht. Ich hab schon mal in der Früh. Guck dir mal, die Aussicht an. Wie geil. Ich hab gesagt, äh, komm. Hey, warum stehen denn die Lampen? Hey, lass die. Die ist cool. Ich hab bei Balkon-Glisch. Oh, oh. Hör auf. Hör auf. Oh, ich hab alles kaputt gemacht. Ich mach die ganzen Möfel kaputt. Der wurde erst bei Roller gekauft. Hör auf damit, ich bin gleich tot. Hör auf jetzt. Bitte hör auf. Auf jeden Fall. Wenn dir das gefallen hat, dann sehen wir uns ein. Ab dem nächsten Mal wieder haut rein. Ciao und tschüssi. Am Ende. Tschüss.